Mieser Effekt! Leute, man kann nicht den ganzen Tag Fortnite und League of Legends zocken. Ich bin voll aus dem Text. Schatz, was machst du, wenn du nicht zockst, Schatz? Schlafen, Essen. Schlafen, Essen. Das ist das Stichwort nämlich heute. Ich mache euch was zu Essen. Was ich heute machen will, liebe Freunde, Hashtag keine Produktplatzierung. Paprikahackpfanne. Ich koche von meinen Freunden, richtig ausgefallen. Ich gebe mir extremst viel Mühe. Ich schneide Paprika, Zwiebeln und hack. Das war das eigentlich. Der Hund ist auch interessiert. Voll süß. Sieht gut aus. Also, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Bitches. Läuft noch die Kamera? Nein. Muss ich noch einlassen? Machen, ne? Nein, darf ich nicht mehr. Scheiße. One day, baby, we have you. Oh, baby, we have the only thing about your story. Ah, Quatsch. Die wollen nur spielen. Willst du spielen? Nana, willst du spielen? Hm? Hallo, darkness, mein Freund. Ich mache jetzt hier das Koch-Betorial auf Knien. Ich knie für die Mycunity. Acht, neun, zehn. Alles klar. Die kleinen brauche ich nicht. Ich spiele lieber mit den großen Kartoffeln. Während des ganzen Schnippelns geht ein lieber Gruß raus an Paul. Mit dem Motto, keine falsche Hass. Jetzt kommt das Hackfleisch mit hinzu. Jetzt kommt das Hackfleisch mit hinzu. 500 Gramm. Und wir haben hier drei verschiedene farbige Paprika. In Essen spielt man nicht, habe ich gehört. Jingle bell, Jingle bell, Jingle bell, Jingle bell. Jingle bell, down, 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 down. Check down. Sagt Mary nicht, dass es dir auf den Boden gefallen ist. Und in diesem Sinne geht auch ein Gruß raus an Teni. Denn immer wenn man dich fragt, wie würdest du dein Essen, heißt es Salz und Pfeffer. Das war's. Mehr nicht. Sehen Sie hier das wunderschöne Hackfleisch, meine Damen und Herren. Viel fehlt nicht mehr, Leute. Jetzt muss alles nur noch ein bisschen köcheln und brutzeln. Währenddessen ist Mary mit dem Hund wiedergekommen. Wer ist denn da? Hier. Hä? Was? Ja, fang, wirst du draußen. Im Übrigen, mein alter PC steht jetzt hier. Der PC ist eigentlich da hinten in der Ecke drinne. Aber hier ist jetzt noch mal so eine neue, ich sag mal Zockerecke für Mary. Und ansonsten, kurzer Kontrollblick. Das sieht alles super aus. Das Essen kann serviert werden. Die Pfanne sieht super aus. Und die Kartoffeln sind auch perfekt geworden. Also ich dachte erst, die sind zu weiche, aber die sind perfekt geworden. Schatz, hast du Bock? Hab Bock. Hast du richtig Bock? Hab richtig Bock. Das ist. Ich will das, was wir gleich im Lebensjournalisten haben. Wö остановieren. Hier ist ein gutes Gefühl. Was wir so? Ich habe den Zacha. Ich habe den Zacha. Wir lassen. so sagen wir mal ein kleines fazit so leute noch nicht hundertprozentig aufgegessen aber es schmeckt sehr lecker beziehungsweise wir können wirklich komplett ehrlich sein schatz wie schmeckt es okay meine freundin sehr geil ich bin man könnte noch ein salat dazu machen der salat hat gefehlt aber von der mischung her paprik das ist so sind leute ich kann euch auch noch ein backfisch machen wenn ihr wollt ja ich bin sehr überzeugt gut geschmeckt und die moral von der geschichte ich verabschiede mich danke fürs zuschauen die moral von der geschichte vergesst neben dem zocken nicht das essen nicht mal zu abonnieren nicht alles nicht meine freundin zu abonnieren das ist die moral von der geschichte vor allem vergesst nicht neben dem zocken zu essen so als absoluten dass jemand vergessen wird leute gönnt euch danke für eure zeit peace out hat rein so ab und so ab und ab und auch Untertitelung des ZDF, 2020